Ja, wie ging es mir in der Corona-Zeit? Das war eine anstrengende Zeit. Zum Anfang habe ich gar nicht geglaubt, dass es solche Ausmaße annehmen wird. Da habe ich gedacht, das wird in ein paar Wochen oder Monaten vorbei sein. Dann muss ich aber sagen, als immer weniger Kinder in die Schule kommen durften und wir alleine waren oder die Kinder nur einzeln kamen und auch die Zahlen immer mehr stiegen, immer höher wurden, da hatte ich schon auch Bedenken und muss sagen, hatte auch einen großen Tiefpunkt, wo ich dachte, wie soll das jetzt alles weitergehen. Haben Sie immer die Corona-Regeln angehalten? Manchmal bestimmt nicht, glaube ich. Also man kann nicht mehr fast in der Schule gehen, weil es zu viel Corona gab, zu viele Infizierte waren da. Also die Welt hat sich auf einen Knopfdruck verändert und das fand ich dann nicht schön. Ich hatte nie gedacht, dass Corona so viel, so viel Schule und so viel Regeln verändern könnten und dass auch auf einmal der Abstand und die Masken gekommen sind. Und wenn man zur Schule geht, zwar den scheiß Masken, man kriegt keine Luft, es tickt bei den Klassen. Man kann nicht reden, also man kann nicht den anderen hören, wegen dem Masken. Was? Herr P, ich habe es. 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 Wer sind Sie überhaupt? Ich habe es. Ich habe es. Ach so, Dr. W, ich habe keine Zeit. Herr P, ich habe den Durchbruch für die Menschheit. Den Impfstoff? Ja, natürlich, Herr P. Okay, wir treffen uns. Ja, natürlich, Herr P. Ich komme direkt. Wo sind Sie denn? Herr P, Herr P, kommen Sie schnell. Ist das der Impfstoff? Ja, das ist der Impfstoff. Gucken Sie. Geben Sie her. Das ist ein Durchbruch für die Menschheit. Wir müssen impfen. Sind Sie bereit? Ja, ich bin bereit. Sie werden der Erste sein. Also, wenn ich keine Schule habe, wache ich früh auf. Aber wenn ich Schule habe, muss meine Mama aufwirken. Wir haben uns hingesetzt und haben darüber gesprochen, was wir gemacht haben in der Corona-Zeit. Und dann haben wir angefangen zu tanzen. Wir haben improvisiert, was man halt machen will. Wir hatten da freie Bühne. Also, wir konnten machen, was wir wollen. Wir haben halt selber was erfunden. Und dann ging die Kamera an. Und dann ging die Kamera an. Und dann ging die Kamera an. Und die Stadt sieht aus wie neu Meilenweit nur Freude und die Freiheit bleibt uns treu Wir ziehen um die Häuser, ja wir gehen aus dem Haus Dürfen uns zum Treffen, komm wir gehen wieder raus Wieder raus, wieder raus Wir gehen endlich raus Wieder raus, wieder raus Wir gehen endlich raus Wieder raus, wieder raus Wir gehen endlich raus Wieder raus, wieder raus Was erst nur ganz normal war, ist jetzt ein Phänomen Komm es geht jetzt los und ich hab tausende Ideen Wir fliegen über Dächer und die Stadt sieht aus wie neu Meilenweit nur Freude und die Freiheit bleibt uns treu Wir ziehen um die Häuser, ja wir gehen aus dem Haus Dürfen uns zum Treffen, komm wir gehen wieder raus Wieder raus, wieder raus Wir gehen endlich raus Wieder raus, wieder raus Wir gehen endlich raus Wieder raus, wieder raus Wir gehen endlich raus Wieder raus, wieder raus Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Musik Was erst nur ganz normal war, ist jetzt ein Phänomen Komm, es geht jetzt los und ich hab tausende Ideen Wir fliegen über Dächer und die Stadt sieht aus wie neu Meilenweit nur Freude und die Freiheit bleibt uns treu Wir ziehen um die Häuser, ja wir gehen aus dem Haus Dürfen uns und treffen, komm wir gehen wieder raus Wieder raus, wieder raus, wir gehen endlich raus Wieder raus, wieder raus, wir gehen endlich raus Wieder raus, wieder raus, wir gehen endlich raus Wieder raus, wieder raus Wir brauchen Platz zum Tanzen, los gib mir deine Hand Der Regen löscht das Feuer, zu lang haben wir gebrannt Komm wir gehen, wir wollen den Tag erleben Ich hatte allerdings auch mal das Toilettenpapierproblem, muss ich sagen Weil ich gedacht habe, das machst du nicht Und hatte dann nur noch mal irgendwann eine Zweierrolle Das weiß ich noch ganz am Anfang Haben mein Mann und ich sehr gelacht, weil hätten wir auch nicht gedacht Dass das Klopapier mal so knapp wird Mal zu mich? Komm her Was gibt's? Ich so aus, dass wir sowas brauchen Was weißt du denn? Ich weiß es Was weißt du? Ja, hast du? Ja, natürlich Zeig mal her So Das ist ein guter Stoff, ja? Mhm Ein lag ist ein Euro Zwei lag ist zwei Euro Drei lag ist drei Euro Vier lag ist acht Euro Acht Euro? Acht Euro? Zeig mal her Das ist ein guter Stoff Guter Stoff Guter Stoff Nee, acht Euro ist zu teuer, brauche ich nicht Sicher? Ja Wenn du willst, mach ich es für 80 Nein, ich schufe Klimaschutz Ich schufe Stopp, bitte Ihre Dokumente. Guten Tag, natürlich einen Moment bitte. Einmal Ausweis und negativen Test bitte. Hier bitte sehr. Ähm, wir brauchen leider einen negativen Test. Ihr Negativ-Test ist leider auf Deutsch. Wir brauchen einen englischen, sonst dürfen Sie nicht einreisen. Wieso? Das hat doch nichts damit zu tun. Das ist doch völlig absurd. Wir haben unsere Vorschriften. Daran müssen Sie sich auch halten. Gibt es denn nicht die Möglichkeit, so einen Test noch schnell bei Ihnen zu machen? Naja, es kommt drauf an. Haben Sie heute Obst gegessen? Ähm, ja. Wieso? Wieso machen Sie denn sowas? Und? Haben Sie heute Leberbrust gegessen? Nein. Waren Sie schon heute auf Toilette? Ähm, nein. Haben Sie heute schon Musik gehört? Ja klar. Deutschrap, Ami-Rap. Klassisch, stopp, 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 stopp. Das ist zu viel. Tragen Sie eine Unterhose? Was sind das denn für Fragen? Natürlich trage ich eine. An welchem Wochentag wurden Sie geboren? Ähm, Montag. Ja, Montag, Montag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Montag! Dann brauchen Sie gar keinen Test. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ich glaube, das war Mittwoch. Ich glaube, das war Mittwoch. Ich glaube, das war Mittwoch. Ein Homeoffice war, dass ich nicht mit meinen Freunden rausgehen kann. Das war dann langweilig zu Hause. Ich konnte nur zu Hause bleiben und nichts mehr machen. Hallo. Wie geht's? Hast du schon gehört, dass wir drum gesprochen haben, dass die Geimpften Zombies werden? Ach Quatsch, das ist nur von Verschwörungstheoretikern. Das stimmt doch nicht. Zeig mal noch mal. Guck mal, wie die aussehen. Guck mal, was sie da macht. Ey, wie eklig sie aussieht. Ihre Haare. Sie sieht so ungepflegt aus. Was macht sie da? Ich weiß es nicht. Sie tanzt, oder? Ich weiß es nicht. Na, na, na. Na, na, na. Machen Sie noch Umarmung oder Hand geben? Ich mache momentan beides nicht mehr, habe aber auch festgestellt, man kann auch unheimlich freundlich zu den anderen Menschen sein, ohne dass man sich umarmt und sich die Hand gibt, indem man einfach versucht, bei der Begrüßung schon über Freundlichkeit und ein Lächeln gute Gedanken zu transportieren. Was für ein Lächeln mit den Masken. Man kann auch mit den Augen lachen. Hi, wie geht's? Hat Rehm bald Geburtstag was? Hast du schon mal etwas gebucht? Ich habe jetzt auch nachgeguckt, ob wir vielleicht ein Hotelzimmer treffen könnten, aber das wären dann nur Einzelzimmer und ich wollte zusammen. Was machen wir denn? Wir könnten zusammen in der U-Bahn sitzen Richtung Rathaus Spandau U7 und einfach dort zusammen feiern, oder? Was denkst du denn? Da sind doch Controller. Wie ihr seht auf der Präsentation, ist x gleich minus 5. Nun müssen wir aber itzulern herausfinden und dafür setzen wir minus 5 in die Gleichung ein. Oh, scheiße. Oh, wer kommt denn da rein, Ali? Hallo, Ali. Schön, dich mal wieder hier zu sehen. Geht's dir gut? Ja? Warum bist du aber schon wieder zu spät? Oh, mein Wecker hat nicht geklingelt. Ich muss mal auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Ja, dann fahr einfach so, okay? Ich habe Hunger. Wo ist meine Flasche? Ich schreie schon die ganze Zeit. Hallo, Hunger? Wo seid ihr? Ali, wo bist du? Hier, deine Flasche. Wo warst du so lange? Ich hatte diesen scheiß Online-Unterricht mit der scheiß Frau Marien. Wieso? Was ist so? Oh, die kann nicht mal richtig Unterricht fehlen. Man versteht nichts in ihrem Unterricht. Ehrlich? Ja, das ist alles richtig komisch bei ihr. Auf jeden Fall, die hatte sogar drei Ehemänner, ne? Drei. Drei Ehemänner. Ja, die sind sogar alle drei tot. Ehrlich, wie denn? Ali? Ich weiß wirklich nicht. Hä? Hallo? Was ist deine Stimme da? Hallo? Ali? Hallo? Was soll denn hier sein? Hallo? Hey, mein Mikro war noch an. Schon wieder, Junge. Du stehst doch im Wald auf sie. Dann in den Tierpark? Tierratten. Mit Tieren, Musik und Kinder. Nein. Dann, wie wär's in die Kirsche? Da darf man 25 Personen einladen. Zusammen beten könnten wir. In der Kirsche, Geburtstag feiern. Wir wollten noch saufen. Wir fliegen über Dächer und die Stadt sieht aus wie neu. Meilenweit nur Freude und die Freiheit bleibt uns treu. Wir ziehen um die Häuser. Ja, wir gehen aus dem Haus. Dürfen uns zum Treffen. Komm, wir gehen wieder raus. Wieder raus. Wieder raus. Wieder raus. Wir gehen endlich raus. Wieder raus. Wieder raus. Ich hab's. Ich hab's. Wir machen eine Beerdigung. Beerdigung? Oh mein Gott, ja, das können wir machen. Ich hab den Sarg. Ich hab alles. Okay, dann nehm ich die schwarze Deko mit. Da kann man sich zu 100 Personen treffen und dann machen wir einfach dort meinen Geburtstag. Ja! Und wir können auch da saufen. Ja! 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 Ja!